Wo ist die zwei? Die da? Hallo? Die da? Können Sie mich sehen? Hab ich das richtig gesagt? Nein. Wie die Minsk, wie Minsk, Minsk 2. Wow. Oh mein Gott, Flo, ganz ehrlich. Kann ich dasselbe Gesicht nochmal machen? Oh mein Gott. Weiter geäußert. Seine Arbeit in Chicago als kommunaler Organisator. Moskau ist noch immer schüttert nach dem Mord. Diese Stühle, die sind immer so ein... Alles in Buddha, let's go! Wee! Warte mal, lass mal kurz die Haare wegfrisseln. Warte, Strompeter ausschalten. Darf ich, oder? Nö, das ist wurscht. Ich mach's auch nicht nochmal. Hey! Hi! In diese Kamera? Ja. Grammstein? Grammstein. Au! Das zum Thema falsche Versprecher. Mal, äh, muss ich einschalten. Okay? Okay. Schon ein super Video, ne? Kekse? Ich hab gedacht, es wär vorbei. Du hast voll verkackt, Flo, Mann. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht, bis dann. Ja, wir hatten viel Spaß hier. Nikolai, zum Abschluss, möchtest du noch irgendetwas unseren Zuschauern sagen? Ja, von mir gibt's nicht so viel Blupers, weil ich meistens der Miese-Peter hier im Studio bin und die nicht wirklich witzig sind. Möchtest du unseren Zuschauern was sagen? Na, ich mein, bleibt dran, guckt uns weiter und immer schön teilen. Und auf Twitter. Ja, folgen unbedingt. Ganz wichtig. Ja, von mir gibt's auch ein dickes, dickes Dankeschön fürs Dranbleiben. Ich weiß, am Anfang war's ein bisschen anstrengend, aber wir werden immer besser und es wird immer spaßiger. Und wir werden immer viele, viele gute Themen finden.